Musik Einen schönen guten Tag meine Damen und Herren. Wir setzen heute in unserer Serie die Anwendungen der Faircheck fort. Heute zeigen wir Ihnen unsere neueste Erungenschaft, das Ablösetool, die digitale Ablöse. Die neueste Möglichkeit, die wir 2020 jetzt implementiert haben, war die Funktionalität der Ablöse, womit der Anspruchsteller oder Verein einen einfachen Weg finden kann, um zu sehen, was wird ihm als Ablösebetrag angeboten. Er kann seinen IBAN eintragen, er kann die Unterschrift am Tablet leisten oder allenfalls auch auf seinem PC integrieren und kann das dann mit der Zustimmung gleich an uns weiterleiten. Das Tool kann jetzt einerseits vor Ort eingesetzt werden, aber auch im Nachgang. Der Schadenexpert ist beispielsweise vor Ort und hat in der Fair-App die Kalkulation gemacht, gemeinsam mit dem Kunden durchbesprochen, was ungefähr die Schadenhöhe sein wird und einen Ablösebetrag vorgeschlagen, der einen faireen Betrag, eine faire Fallabschließende Erledigung ermöglicht. Er kann dem Versicherungsnehmer oder Anspruchsteller die Details der Kalkulation zeigen und erklären. Danach wird dem Kunden entweder das Tablet in die Hand gegeben und an einem eigenen Feld wird eine Unterschrift geleistet und kann die Abschlüsse sofort abgeschlossen werden. In einem anderen Fall kann der Schadenexperte von zu Hause aus, nachdem er mit dem Kunden beispielsweise telefoniert hat, ihm einen Link zu kommen lassen und der Kunde braucht mit einem Mausklick Nummer bestätigen und die Ablöse ist vereinbart. Wir hoffen, dass wir hier weitere Schritte setzen können, um dem Kunden eine angemessene Ablöse anbieten zu können, aber auch um den Schaden möglichst rasch, fallabschließend und ohne weitere Rückfall erledigen zu können. Unsere weiteren Umsetzungen werden wir über diesen Kanal wieder vorstellen und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal.